ja die Vorhauern Lohr hier auf dem Montag so und die Begrüßung also wir spielen das erinnert der Kelle die Spitzung weiter geht es hier ganz schmerz und wieso kann ich da nicht rein? Mann, okay, jetzt aber hier. So, ähm. Neh mir doch gleich mal den Neid hier. Was? Nein, ich will den Neid haben. Gib mir den Neid. Ähm, ja, ich höre meine Stimme. Ihr merkt vielleicht. Meine Stimme klingt ziemlich komisch, weil ich Hussen hab. So, nicht nur Hussen, sondern ich scheiße Erkältung. Also, ich kann jetzt nicht so viel reden. Nein, ich will da rein. So, danke. Also, ähm, Entschuldigung, weil ich nicht so viel rede, aber, äh, ja, ich hab halt Erkältung. Deswegen. Und, ähm, auch genau, weil ich Erkältung habe, genau deswegen kann ich jetzt einfach dahinter. Was will das? Scheiß Maus. So, ähm. Hier, ähm, ich hoffe mal. Ähm, ja, genau, die Kiste ist wieder da. Oh nein, das wird mir niemand klauen. Danke. Weil die ganzen Leute rennen hier immer an mir vor, also die meisten, wenn ich mir was aus einer Kiste hol, klauen die das einfach. Und das ist gar nicht nett, okay, ich brauche hin, ich brauche hin, ich brauche rein, schon, weil der eine Typ gerade schon drin war. Aber, der hat mich einfach so aufs Schiff rübergeboxt. Danke. was 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 ist es ein Ort toller Danke was der Kälter und verschießenden Eisenachs getötet mann so ein Jahr genauer ich habe das Intro so ich auch schon hoch jedoch hier ist so ein ich habe schon hochgeladen die Künfte von Meilen in die Kommentare schreiben meine fünfzehn Leute hier fünfzehn Abonnenten ich möchte vielleicht ja ich möchte noch ein Special dazu mit den Gamefaction Leuten da so und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben ob ihr das gut findet oder schlecht nicht okay es geht auf die Verteilung von Pellein herr kommt niemand rein nein niemand kommt rein ja ja danke okay es geht los okay die Map kann ich gar nicht ich halte jetzt einfach mal dahinter ich halte jetzt einfach mal dahinter wir sind jetzt sind Tata 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 Kiki ist Christmas die hier Uhr zuerst und Kultportschutz das klicht arrangement um die Kiste mehr die Karte das war die Rutschkarte um zu das jetzt muss und eins dass sich immer schon mal der Axt in der Hand hat ich ich stehe okay sieht nicht so aus ich bin hier auch nicht da drin noch okay hier auch nicht ich dachte schon Prozent um an die Schöpfung aus um Prozent auch zu Prozent durch Hassel Erkältung als ich Haccessi Prozent Prozent der Erlösung erwidert die Akzentrieren das ist ja bald Weihnachten und dort kriegt dann hat so einen neuen PC und so weißt du verstehst schon und deswegen kann ich dann erst mal keine Videos mehr raus weil ja ich den dann erst mal einrichten muss und bla 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 der PC hier gehört dann ganz mal ein kleines Bruder der folgt um zu bekannten dort ist es nicht noch durch den Versuchungen ach nichts ja auf jeden Fall der PC er gehört dann meinen kleinen Bruder doch kommt es ist die Ziele Computer hat es ist kein PC aber es ist Prozent das ist ein Laptop eigentlich hier was egal ist das einfach computer der wird dann hat mein kleines Bruder und ja ich rät die Kind die ganz genau die Gänse die ganze Zeit das gleiche Prozent mann ich will jetzt aber hoch mit Spurmann ich hasse Seelen Sand weil hier läuft man darauf viel langsam ich weiß nicht ob sie mal einfach auch so ist so Kiel klar Arndt was tun Prozent auch die Däntnis die Kiste vielleicht hier ist es doch ist ein Ort und Goldarzt durch er ist sie muss mir Schutz er hat die ich behalte Kultusen ich weiß gar nicht 5 3 Kichnipp die als Kunst hey ich lege nur noch 6 das Leben nur noch 10 16 also noch 9 feinde ich war hier noch nie im Test ich weiß gar nicht ob sie überhaupt so eine der Flüchtlinge oder dort gibt die Behalte ich weiß es nicht bei ihr die Rutsch musste hier gerade mal die Nase hochziehen naja also schliefern weil ich auch schlug ich habe Keltung mit dem Stozen also ich zum Bestand immer wenn ich wusste aber nicht auch und als wir haben es doch auch und kommt das interessiert kein ich es jetzt trotzdem stehe also mann hier gibt es nur noch Kisten um um diese Schneewand ich hasse sie ich hasse sie weg durch das ist die sich nicht mehr Peter Worte noch niemand das ist ja voll böse ich habe TG um aber das hat es zu knapp Kieren so er kommt ich stelle ich zufrieden und fisch ja auch schön das an auch an die Runde sie und sich kriegt es so gut fisch was der Wartung für Strahlen um aber die die Töten sich hier alle hey ich lieb nur sechs um das könnte sein dass man Stimme ein bisschen leise ist tut mir leid dafür so komm alter ich hab jetzt keinen Bock mehr ich geh weiter so hier hoch ähm nein Hilfe ach komm ich geh jetzt halt hier aus hier ne Kiste ach nix drin klar ähm nein 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 n ach schluss ich hasse den Schnee weil der bewegt sich auch nicht so ist die die Angelegenheit so wie die bei den Echternummer spielen bei den Tributen von Panem sei das ist die Arena Kleine macht und die Sparabababela aufeinander zutreibt, ich will nicht davon sterben. So. Nein, was, was, was? Okay, also ich glaube, ich bin jetzt am Ende von der Arena. Nein. So. Ähm. Gibt es hier noch was? noch was ich will nicht sterben ich glaube ich muss mal hier meinen Kürzluch essen was Regeneration, wow ich brauche aber Mann was wollen die mit ihrem Iconing Nein, 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 nein Was denn? Nur noch drei. Oh Mann. Nirgendwo ist was. Ähm, ja, was? Autsch. Ähm. Äh, nein! Was? Nur noch zwei. Ich mag aber nicht. Alter, nein. Der Typ soll einfach von irgendwas sterben. Der Typ soll einfach sterben. Einfach so. Na gut, mach ich einfach mal. Die... Oh Mann, ey. Ich habe aber überhaupt keine guten Waffen. Wir haben nur einen... Komm, so. Nein! 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 Was denn? Nein! Alter, das war unfair. Okay. Okay. Mann, das darf mit mir grad losgegangen. Oh, so ein Scheiß. Okay. Deswegen, weil es ein Scheiß ist, mache ich jetzt tschüss. Und tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020